Was ist eigentlich ein Hipster? Ich weiß es nicht. Bei Hip würde ich also an Kindernahrung denken. Ich würde sagen, jemand der Modetrends setzt. Karottenhosen, Jutesack, Ray-Ban-Brille, dann so eine Gomez-Frisur. Also so Undercut. I guess they wear like skinny jeans. For me Hipsters are those people who like to wear fashion clothes. They like to wear also old clothes. Jemand, der mit dünnen Beinchen in seinen skinny jeans und seinem YouTube-Beutel durch die Stadt läuft, sich in einer großen Nordbrille versteckt und möglichst autonom von der Gesellschaft leben möchte. Ander Hipster. Ah, jetzt ist mir dann klar, warum es geht. Finden Sie Hipster attraktiv? Nicht besonders vielleicht. Aber auch nicht schlecht. Ich finde die ehrlich gesagt ziemlich abstoßend. Also jetzt für mich persönlich ist es nicht so attraktiv, nein. Some could be quite attractive. They are fashion and once they think they are not fashion, they will change. Das ist nicht so meine Welt. Ich würde mich nicht so kleiden. Aber ich toleriere das. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.